moin leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinen kanal danke dass du da draußen wieder eingeschaltet hast und ja heute sind wir ein superheld das spiel handelt halt wir sind ein superheld und ja ich wollte das mal unbedingt ausprobieren und jetzt ist soweit so das spiel nur auf japanisch und englisch verfügbar und ja ich würde sagen let's go michael michael Alles klar. Boom. Was ist los? Jetzt wird es spannend. Oder auch nicht. Alle vernichtet. Oh, da kommen noch ein paar Frischfleisch für uns. Das ist ein paar Frischfleisch für uns. Wo will der denn hin? Wo willst du denn hin? Gut mit Q können wir ihn anvisieren Ahja Den nehmen wir richtig auseinander hier Ahja wir müssen wahrscheinlich hier auch Feuerwehr spielen jetzt ne Ne So Ahja Ich verstehe Meine Fans ne Ahja 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 Alles klar hier vorne ist hier ist brenzlig Das Feuer Wo ist das? Oben Natürlich Boom Boom Schakalaka Keine Sorge ich helfe dir Zack easy Ja wieso nicht ne Da Ja Ahja Ja Ich werde jetzt mal Müssen wir das noch mal machen? Ja, das ist ja das gleiche, ne? 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 Ja, das ist ja auch kein Problem für uns, denn wir sind ein Superheld Das ist ja das gleiche, ne? Okay, level up Oh ja, hier vorne, hey Das ist ja das gleiche, ne? Okay, der ist ein wenig schwieriger, aber ich kann ihn auch nicht anvisieren, ne? Da ist ja das gleiche, ne? Du bist ja das gleiche, ne? Oh ja. Das war's. 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 Nochmal. Das war's. 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 Das war's.